Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 19.12.2023. Unser DAX sieht noch immer deutlich wackelig aus. Das ist auch der ein oder andere Stützfalle. Ihr erinnert euch, war gestern noch was dran, nun weg. Und zwar im ganz Konkreten die 670 haben wir nach unten gerissen. Auch per Tagesschluss, naja, nicht unterboten, aber zumindestens auch wieder dran gelegt und damit ja eigentlich unter den Vortrag. Das heißt, wir müssten eine rote Tageskerze haben. Nur reingucken hier, müsste aber rot sein. Ja, es ist eine rote Tageskerze. Auch wenn da nicht viel Bewegung drin war. Ne, warum auch immer. Ob die Amerikaner zu stark waren, keine Ahnung. Ist uns aber auch egal. Er ist lieber ausgegangen und er liegt vor allen Dingen jetzt auch unterhalb von dieser von dieser signalgebenden potenziellen Trendumkehrkerze. Ja, das heißt, solange der da drunter bleibt, würde ich hier auch weiterhin erstmal sagen, dass er noch Platz hat bis zu 600 und auch bis zu 530. Ja, also die Ziele würde ich auf jeden Fall hier noch aufrechterhalten. Sollte sich jetzt zum Morgen quasi direkt wieder eindrehen, da spricht nichts dagegen, da weiterzumachen halt. Man muss aber ein bisschen aufpassen. Die Hoch- und Tieffolge deutet momentan eine bullische Verkeilung an. Ja, also ein bullisches Pattern, wenn die Hochs hier so steil fallen und die Tiefs nach dem Hoch hier, die Tiefs nach dem Hoch deutlich flacher fallen, dann ist das eine bullische Verkeilung, die ausgelöst werden würde, wenn der Markt dann oben aus dieser begrenzten Trend, die rausspringt. Ja, das wäre so oberhalb von 1730, 1740, äh, nicht 17, sondern 37, ja, 730, 740 der Fall, 16.730, 16.740. Darüber würde der DAX quasi aus dieser bullischen Verkeilung rausnehmen, äh, rausgehen und sich wieder Platz bis 800, 860 frei machen. Ja, ähm, und wenn er das dann noch nach oben gewuppt bekommt, geht auch wieder Raum zum Hoch auf, um da nochmal dran rumzuspielen, vielleicht auch nochmal die 17.000 ein bisschen zu überbieten und deswegen würde ich hier ein bisschen genauer hingucken. Aber, da soll jetzt nicht darüber hin weg täuschen, dass wir an, beziehungsweise unter der 1770 stehen und auch weitere Teams bekommen haben. Also, wie gesagt, ne, das ist eine rote Tageskerze. Auch wenn drumrum irgendwie alles ein bisschen grün aussah heute, das ist eine rote Tageskerze. Ja, und von daher würde ich hier wirklich, wenn der weiter, äh, abkleckert, den eher Richtung 600, 530 und vielleicht auch tiefer anzählen. Ne, vergesst aber nicht, 530 ist das alte Hoch gewesen hier. Das ist also ein guter Reaktionspunkt. Ja, auch die, äh, was hat mir hier noch gesagt, hier das Hoch, ne, das lag auch geclustert mit dem, mit dem Band, das trifft es jetzt nicht mehr ganz so. Ähm, das Hoch war hier bei 4,28, also 4,30 knapp, war auch noch interessant. Da ist auf jeden Fall, es sind noch interessante Anlaufziele auf der Unterseite, die er noch wahrnehmen kann, wenn er denn weitermacht, ne, muss jetzt hier dranbleiben und am besten mal Dynamik reinbringen. Also, wenn er sich zu lang jetzt so gängeln lässt, dann werden diese Bullischen Muster so präsent, dass die Käufer dann halt auch wirklich einfach wieder zuschlagen, weil sie sagen, erhöhen, wenn er nicht fällt, dann kauft man das Ding wieder, äh, gibt man halt noch ein bis Weihnachten, bis Neujahr halt, ne, gibt man noch mal ein paar Punkte nach oben mit, ne, nehme ich noch mal ein paar 100 Punkte mit. Ja, und deswegen würde ich hier schon aufpassen und mir auf jeden Fall einen Grenzwert oben setzen, wo ich sage, okay, da höre ich ein bisschen auf zu shorten oder stelle ich meine Shorts ein, ja, und drehe vielleicht sogar auf Long, aber ich sage mal, solange unter 6,70 bleibt auch unter 7,40, dann würde ich ihm eher erst mal noch den Raum unten lassen, er soll erst mal beweisen, dass er was anderes rauskriegt, ne, das würde ich dann ähnlich wie am Vortag machen, da hatten wir unsere Kante ja auch hier oben gesetzt, hat er auch nicht nach oben gerissen und dafür fast schon die 600 erreicht, wie gesagt, noch fast, da war ja nicht dran, aber ich würde für den Dienstag eigentlich ähnlich rangehen und sagen, solange es unter 6,70, unter 7,40 bleibt, ähm, erst mal noch weiteres Abwärtspotenzial, ja, und anderes muss er uns erst mal gegenteilisch beweisen, okay, damit würde ich auch heute die Analyse jetzt hier wieder ein bisschen kürzer halten und auch schon zumachen, ich denke, es ist alles gesagt, wobei von 47 machte sich Raum auf zu 28,8,60, ja, und wenn hier aber weiter runterfällt, ist da definitiv noch Platz, gut, ich mache dann hier aus, wünsche euch was, gutes Gelingen, hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank.